So sieht das große Becken aus, wenn man kein Wasser drin ist. Und jetzt erkläre ich, warum wir das Wasser jedes Jahr mindestens einmal auslassen müssen. Liebe Badegäste, nun ist die Sommerschließzeit da. Warum haben wir das Bad zu? Wir nutzen diese Sommerschließzeit, um Reinigungsarbeiten durchzuführen. Sowohl hier im großen Becken, als auch im Rest der Anlage. Was viele nicht sehen, die Schwimmhalle besteht nicht nur aus dem großen und kleinen Becken, sondern auch viele Wasserspeicher. Um das Ganze in einer Aufbereitung wieder so herzustellen, dass sie entspannt baden können. Hier, liebe Badegäste, sehen Sie, womit wir reinigen, damit alles wieder anständig sauber ist. Der sogenannte grüne Reiniger, ein alkalischer Reiniger, um organische Stoffe zu entfernen. Und hier hinten haben wir noch einen sogenannten roten Reiniger, um Rost- und Kalkflecken zu entfernen. Und hier, liebe Badegäste, sehen Sie, womit wir in den Kalkflecken zu entfernen. Und hier, liebe Badegäste. Die Spannung von 22.